Du willst dir deine eigene Meinung bilden? Dann bist du hier bei Modern Value Investing genau richtig. Abonniere jetzt den Kanal, denn nur wir werden dich mit regelmäßigen Unternehmens- und Chartanalysen sowie Updates aktiv unterstützen. Am Tag der Veröffentlichung der Unternehmensanalyse kommt am selben Abend die passende Chartanalyse von Marcel. Schau gern einmal auf unserer Homepage www.modernvalueinvesting.de vorbei und werde Mitglied in unserer Facebook-Gruppe. Weitere Informationen findest du in der Infobox. Beachte bitte, dass wir trotz intensiver Recherche nicht für die Richtigkeit der Informationen und Aussagen haften oder garantieren können. Schau dir dazu auch noch den Disclaimer in der Infobox an. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum suchen nur Qualität zum guten Preis. Heute sprechen wir über den Taxi-Schreck aus der USA. Wir sprechen über Uber. Wie werden wir vorgehen? Wir schauen uns an das Geschäftsmodell, die Fakten, die verschiedenen Strukturen, gehen dann weiter zu Peergroup und schauen uns an, in welchen Segmenten Uber tätig ist. Wir verteilen die Umsätze innerhalb der Segmente und natürlich innerhalb der Regionen. Dann gibt es wichtige Kennzahlen und den Aussichten. Nach den Aussichten geht es weiter mit einer Einteilung nach Peter Lynch, wir ermitteln den Levermann und dem Petrovski F-Score. Zu guter Letzt schauen wir uns an die Checkliste. Ihr bekommt meine Meinung und mein Fazit zum Unternehmen. Fangen wir direkt an mit dem Geschäftsmodell. Uber ist ein Technologieunternehmen, das Menschen über eine Smartphone-App mit On-Demand-Angeboten verbindet. Derzeit schafft die App für ihren Nutzer Zugang zu alternativen Beförderungsmöglichkeiten, zu Essenslieferdiensten sowie Fracht- und Kurierdiensten. Fangen wir direkt an und es geht weiter mit den Fakten. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 72 Milliarden US-Dollar und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von 11,27 Milliarden US-Dollar mit 14.000 Mitarbeitern erwirtschaftet. Was sind die aktuellen News und da sehen wir. Am 24.07. wurde bekannt, dass Uber seine Plattform zur Frachtvermittlung nach Deutschland bringt. Am 30.07. wurde bekannt, dass Uber jede dritte Stelle im Marketing streicht. Und am 31.07. wurde bekannt, dass es wieder neue Klagen in Deutschland gegen Uber aus dem Taxi-Gewerbe gibt. Schauen wir uns die verschiedenen Strukturen an. Bei der Struktur sehen wir, im Free Float sind nur 47,03% der Aktien sind frei handelbar. Dann haben wir starke Private Funds, also z.B. Public Investment Fund oder auch Lower Case Capital, SB Investments Advisors und natürlich dann auch noch den Gründer Travis Kalaniak. Weiter geht's mit dem Chart. Ein Investment zum IPO hätte uns eine Rendite von minus 1,5% bisher gebracht, sprich aus 1.000 Euro Investment werden 985 Euro. Eine Dividende und Aktienrückkäufe gibt es nicht. Schauen wir uns die Gesamtkapitalrendite an und da sehen wir, wir haben ein Asset von 23,988 Milliarden US-Dollar und ein EBIT von minus 3,033 Milliarden US-Dollar. Macht eine Gesamtkapitalrendite von minus 12%, das heißt wir verbrennen hier ordentlich Kapital noch. Als Peer Group haben wir genommen Lyft, die haben eine Gesamtkapitalrendite von minus 26,9%. Das macht einen Schnitt von minus 19,45, also Uber verbrennt immer noch weniger Kapital als Lyft. Schauen wir uns die Segmente an, in denen Uber tätig ist. Uber berichtet in drei Segmenten. Ridesharing, das ist die Fahrtvermittlung, Uber Eats, Essenslieferung und Vehicle Solutions, also autonomes Fahren. Jetzt interessiert uns natürlich, wo werden die Umsätze erzielt? Und da sehen wir, 60% der Umsätze werden in der USA und Kanada erzielt, Lateinamerika 15,23%, Europa, Middle East und Afrika 16,48% und Asia-Pacific 9%. Jetzt tauchen wir natürlich ab in die einzelnen Segmente und da sehen wir, im Bereich Ridesharing, sprich der Fahrtvermittlung, konnte der Umsatz gesteigert werden von 2,180 Milliarden US-Dollar auf 2,376 Milliarden US-Dollar. Der Anteil am Gesamtumsatz ging zurück von 85,7% auf 80,4%. Der Bereich Uber Eats konnte seinen Umsatz von 283 Millionen US-Dollar auf 536 Millionen US-Dollar ausbauen. Der Anteil am Gesamtumsatz konnte auch gesteigert werden von 11,1% auf 18,1%. Der Bereich Vehicle Solutions konnte den Umsatz nicht halten, er ging zurück von 55 Millionen US-Dollar auf 10 Millionen US-Dollar. Der Anteil am Gesamtumsatz ging auch zurück von 2,2% auf 0,3%. Insgesamt sehen wir folgendes, 31,3% der Umsätze macht Fahrtvermittlung, 18,3% der Umsätze macht Uber Eats und 0,3% macht Vehicle Solutions. Leider, oder was mich auch wieder stört, wir sehen nicht, wie ist eigentlich das operative Ergebnis in den einzelnen Segmenten. Selbst wenn es negativ ist, würde ich mir wünschen, dass Uber das bekannt gibt. Jetzt kommen wir aber zu wichtigen Kennzahlen. Wir betrachten die operative Marge, den Free Cashflow, den Buchwert, den Zinslast, die Dividende und das KGV und natürlich auch die Aktienanzahl. Bei der operativen Marge sehen wir, wir hatten ein Low im Jahr 2012 von minus 78,6% und ein High im Jahr 2018 von minus 26,9%. Macht eine Schwankung von 192%. Bei einer durchschnittlichen operativen Marge von minus 52,3%. Der Umsatz konnte von 2016 von 3,845 Milliarden US-Dollar auf 11,270 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 angehoben werden. Das operative Ergebnis ist eigentlich konstant minus 3 Milliarden US-Dollar. Machen wir weiter beim Free Cashflow und da sehen wir durchschnittlich minus 1,96 Milliarden US-Dollar, aktuell minus 1,541 Milliarden US-Dollar. Der Buchwert ist immer noch 0, wir haben noch keine Substanz aufgebaut, weil wir noch richtig Geld verbrennen. Die Aktienanzahl in Millionen ist konstant bei 1.526. Dividende gibt es nicht, Gewinne gibt es auch nicht, somit gibt es auch kein positives KGV. Die Zinsaufwendungen sind hochgeschnellt von 334 im Jahr 2016 auf 648 im Jahr 2018 durchschnittlich 292 Millionen US-Dollar, die wir bezahlen auf das Fremdkapital. Insgesamt sehen wir folgendes, die operative Marge ist aktuell 49% über dem Schnitt, das ist gut, der Free Cashflow ist aktuell auch 21% besser als der Durchschnitt. Buchwert gibt es noch nicht, Zinsaufwendungen 122% über dem Schnitt, KGV und Dividende gibt es auch nicht. Schauen wir uns die Aussichten an, Analysten rechnen mit steigenden Umsätzen, das EBIT soll weiter zurückgehen Richtung positiv und das Nettoergebnis soll auch Richtung positiv gehen. Zwischen 2019 und 2021 rechnen Analysten, dass das EBIT sich jedes Jahr um 18,78% pro Jahr verbessern wird. Dividende gibt es noch nicht. Was würde Peter Lynch sagen? Peter Lynch würde uns sagen, wir haben ja einen Fastgrower, das heißt wir haben ein hohes Gewinnwachstum, dafür gibt es eine geringe Dividende, hier gibt es ja gar keine, er würde empfehlen, buy and hold. Deswegen gehen wir jetzt direkt weiter zum Lebermann-Score. Punkt Nummer 1 haben wir einen Small, Mid oder Large Cap, wir haben einen Large Cap. Dazu gibt es eine Eigenkapitalrendite von 218% 1 Punkt, die EBIT Marge minus 26,9% minus 1 Punkt, Eigenkapitalquote minus 30,7% minus 1 Punkt. KGV der letzten 3 plus, das erwartet KGV der nächsten 2 Jahre, 0 minus 1 Punkt. KGV für das aktuelle Jahr, wir haben noch gar keins, minus 1 Punkt. Analysten raten mehrheitlich zum Halten, 0 Punkte. Reaktion auf die Quartalzahlen, 3% ging es nach oben, 1 Punkt. Analysten haben die Gewinne gar nicht revidiert, es gibt ja noch gar nicht wirklich welche, 0 Punkte. Kursverlauf der letzten 6 Monate, minus 1,5%, minus 1 Punkt. Kursverlauf der letzten 12 Monate, minus 1,5%, minus 1 Punkt. Eine Trendumkehr haben wir nicht, 0 Punkte. Punkt Nummer 12, verglichen mit dem Index, haben wir mal besser, mal schlechter abgeschnitten, 0 Punkte. Punkt Nummer 13, das Gewinnwachstum fürs nächste Jahr, 43% rechnen Analysten, 1 Punkt. Summa summarum, minus 3 Punkte, was bedeuten würde, verkaufen. Jetzt betrachten wir die Profitabilität, die Finanzierung und natürlich auch die operative Effizienz von Uber. Punkt Nummer 1, haben wir einen positiven Jahresüberschuss, nein, haben wir nicht, 0 Punkte. Ist der Cashflow positiv, nein, ist er auch nicht, 0 Punkte. Ist die Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr, ja, das ist sie, 1 Punkt. Ist der Cashflow größer als der Jahresüberschuss, nein, ist er nicht, 0 Punkte. Punkt Nummer 5, ist der Verschuldungsgrad gegenüber dem Vorjahr verringert worden, nein, ist er nicht, 0 Punkte. Punkt Nummer 6, ist die Liquidität dritten Grad höher als im Vorjahr, nein, ist sie nicht, 0 Punkte. Ist die Anzahl der Aktien nicht höher als im Vorjahr, nein, ist sie nicht, 0 Punkte. Ist die Grohe Marge höher als im Vorjahr, ja, das ist sie, 1 Punkt. Ist der Kapitalumschlag höher als im Vorjahr, nein, ist er nicht, 0 Punkte. Summa summarum, 2 von 9 möglichen Punkten. Jetzt schauen wir uns die Checkliste an. Punkt Nummer 1, natürlich, habe ich ein verständliches Geschäftsmodell. Ja, das habe ich, aber von mir Note 5. Warum? Ich finde, es gibt gar kein Burggram. Also wir haben Lyft und was hält zum Beispiel ein Google davon ab, eine App zu machen, die das gleiche macht. Dann glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher ist als jetzt. Ja, das könnte ich mir vorstellen, der Bedarf nach individueller Mobilität steigt. Schulnote 2. Kenne ich das Unternehmen, in dem das Unternehmen Geld verdient, also die Segmente? Ja, aber nur vom Umsatz her, deswegen Note 5. Ich möchte wissen, auch wo werden Verluste gemacht. Punkt Nummer 4, erzielt das Unternehmen Umsätze und Gewinne in den Regionen und Währungen, in denen ich investiert sein möchte. Also wir wissen sehr viel in der USA, aber es erzielt ja gar keine Gewinne für die Aktionäre. Deswegen nur Schulnote 4. Nach Peter Lynch habe ich einen Fast Grower, deswegen gehen wir jetzt auch direkt weiter für Checkliste Fast Grower. Und da sehen wir, ist das Wachstum größer als die Marktrendite von 7 Prozent? Ja, das ist sie, Schulnote 1. So, jetzt habe ich die Fantasie, die natürlich wieder beim Fast Grower den Kurs macht. Und da ist es einfach so, mich persönlich spricht diese Fantasie überhaupt nicht an. Wie ist das eigentlich bei euch? Punkt Nummer 9, ob ich kaufen würde? Nein, ich würde nicht kaufen. Punkt Nummer 10, Hausaufgaben würde ich auch nicht mehr weitermachen. Für mich ist Uber eigentlich aktuell raus und ich komme für mich persönlich auf einen Notendurchschnitt von 3,5. Das heißt Schulnote 4+. Aber wie gesagt, ich würde es persönlich nicht weiter betrachten. Was ist meine Meinung? Ich denke, es ist schon klar geworden, was könnte noch dafür sprechen? Wir haben starkes Wachstum, steigender Bedarf an Mobilität und natürlich starkes Wachstum im Bereich Uber EAT. Essensvermittlung. Aber was spricht dagegen? Der Lebermann-Score minus 3 Punkte verkaufen und natürlich auch Petrovski. Zwei von 9 möglichen Punkten. Spricht nicht wirklich für Uber. Aber ich persönlich sage mir, ich werde das Unternehmen nicht weiter betrachten. Natürlich habe ich Glück, weil es wird auch Updates zu Uber geben. Also sollte sich etwas verändern an der Situation, werde ich es mit erfahren und natürlich mit euch teilen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Schreibe uns doch mal in die Kommentare. Hast du Uber im Depot? Betrachtest du es? Wie ist deine Meinung zu Uber? Oben rechts kannst du abstimmen, ob Uber für dich ein Kauf ist und unten rechts kannst du kostenlos den Kanal abonnieren. Sollte es ein Update geben, wird es dir angezeigt. Und check auch mal die Chartanalyse von Marcel, die immer am gleichen Tag kommt, um 17.30 Uhr, wenn die Börse geschlossen hat. Denke mal daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao!